Quick-Tipp Nummer 11. Heute geht es um zwei Tastenkombinationen, ohne die ich im Alltag mit PowerPoint einfach nicht mehr leben kann, weil die die Gestaltung damit viel effizienter und viel schneller machen. Und zwar geht es einmal um die Tastenkombinationen STRG plus Shift und F4. Und zwar stellen wir uns mal vor, wir haben hier eine Form und würden die gerne kopieren. Klar können wir Copy-Paste und Einfügen machen, aber wenn wir STRG-Taste und Shift gedrückt halten und dann mit der Maus auf die Form klicken und dann einfach zur Seite ziehen, dann wird diese Form kopiert und das Schöne ist, die bleibt auch immer auf der Linie. Das heißt, ich kann jetzt weder nach oben noch nach unten. So, STRG und Shift gedrückt halten und einfach zur Seite schieben oder nach unten oder nach links. Es bleibt immer auf der Linie. So, und wenn man jetzt noch mit der F4-Taste verbindet, weil F4-Taste ist Wiederholungstaste, alles was wir tun, wird mit F4-Taste wiederholt. Das heißt, ich dupliziere mir einmal die Form und anschließend drücke ich jetzt F4-Taste und die Form wird hinterher in gleichen Abständen einfach nacheinander dupliziert. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel so eine Folie bauen oder eine ähnliche Folie, dann brauchen wir nur ein Element uns zu erstellen und anschließend können wir die alle markieren. Einmal mit STRG-Taste und Shift duplizieren, anschließend F4-Taste zweimal drücken. Hier entsprechend die Zahlen ändern und dann noch die Icons und sind so viel, viel schneller und effektiver. So, wenn dir dieser Tipp gefallen hat, dann denk dran, dich mit mir zu vernetzen, dass du keine weiteren Tipps mehr verpasst. Und wenn du Ideen oder vielleicht Wünsche hast für die weiteren Tipps, kannst du mir auch immer unter Kommentare schreiben. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal.